Er ist ein Typ, bei dem nie was schief geht. Nichts kann ihn aus der Ruhe bringen. Mit einem Wort, er ist hellwach. Wenn ich so aussehe, wie ich mich fühle, sehe ich aus wie ein ausgelatschter Turnschuh. Sprachlich ist er ein Genie. Hallo, ich bin Tandle Wett, ich meine Wendelton. Hi Kinder, was treibt ihr so in meiner Kuschelkurie? Wäre noch... Die Leidenschaft ist ihm angeboten. Oh, das ist ein irres Gefühl. Und es gibt nichts, was ihm entgeht. Oh wow, wenn das nicht der Mond ist. Und das alles im freien Fall. Ein widerlicher, mieser Schleimbeutel. Immer lächeln, mein Junge. Haben Sie Knoblauch gegessen? Trotz allem ist er einer der letzten großen Verführer. Du warst wundervoll. Oh, Wendelton. Und er ist immer voll drauf. Ich bin ein bisschen nervös. Der coolste von allen. Ich habe noch nie was mit einem Mädchen gehabt, ehrlich. Ist kein Problem. Wendel, das kommt alles von selbst. Ich wollte nicht anbeißen, da habe ich gedacht, versuche ich es mal als Kandikaze. Ich glaube, ich grab mir in ihr Schlafzimmer erst mal einen Tunnel. American Ice Cream. Ein echter Knüller. Leitet eine der größten Schweinefarmen in Iowa, Mrs. Ferkel. Äh, Ferret. Ob ihn seine guten Tischmanieren jetzt noch retten können? American Ice Cream. Das ist der Film mit 10.000 Volt Lachpower. Das ist fantastisch. Ja, das ist Wahnsinn. American Ice Cream. Wer das versäumt, hat echt was versäumt. Also rein in die Socken und nichts wie hin.